Bei dem Wetter kann ich mir jetzt auch was Besseres vorstellen. Vielleicht Cabrio fahren oder Eis essen? Richtig lecker! Der neue VW T-Roc, der hat Mütigkeitserkennung, der hat beheizbare Außenspiegel, wahnsinnige technische Details hier drin, also was hat der eigentlich nicht? Hör auf zu putzen! Jetzt noch was für ein Durchblick. Rosa-orange, aber ich finde, das kann man als Mann tragen. Äh, nee, auch nicht. Elegant, aber nicht meins. Die nehme ich gleich mal mit. Du sollst nicht putzen! Und das hier sind jetzt also die berüchtigten Eisdorten, wo man also selber Zang stellen kann. Und die werde ich jetzt am liebsten gleich essen. Und wenn es die nicht gibt, dann ist quasi der Ofen aus. In der Eisdiele. Hey Mercedes! Ja, bitte? Beifahrer Sitzheizung auf Stufe 2. Ich stelle die Sitzheizung am Beifahrer Sitz auf Stufe 2. Das ist ja wie bei Knight Rider. Hier jetzt die Kia Seed. Nagelneu, 7 Jahre Garantie, wunderschönes Auto. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Hallo, hör auf! Naja, ich kann mich ja am 7. April entscheiden. Da ist nämlich Brunnenmarkt und Automeile in Coburg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!